Hallo und herzlich willkommen zurück. Hi, hi, da sind wir wieder. Was geht ab? Was geht ab? Yo, yo. Ich habe heute übrigens Socken geklaut aus Annas Sockenschublade. Und ihr müsst wissen, Anna steht so richtig auf hässliche Socken. Sie hat gefühlt kein Paar weiße Socken. Also, da sind wir komplett das Gegenteil. Ich habe hier Spongebob-Socken an. Ja. Ja. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nachmittagsjause mit Ann-Kart. Also, erst mal zu den Socken. Erst mal, ich kriege sie geschenkt. Ich habe mir, glaube ich, noch keins selber gekauft. Okay. Ja, und ich finde aber auch bunte Socken oder so farbige Socken machen gute Laune. Ja, also ich stehe so richtig einfach nur auf weiße Socken. Also, Leute, die zu Sneaker, vor allem zu weißen Sneaker, schwarze Socken tragen. Also, was ist mit euch falsch? Also, das kann ich auch nicht verstehen. Generell, schwarze Socken trägt doch niemand. Vielleicht so Anzugsleute? Genau, also, Leo hat ein paar schwarze Socken für, ja genau, für die Arbeit. Wenn er so Anzugsschuhe. Aber bei dem ist es auch noch so, der kommt dann nach Hause und muss dann direkt in seiner Freizeit die weißen Socken tragen. Weil der kann es selber auch nicht sehen. Aber er muss es dann für die Arbeit halt so schwarze Socken anziehen. Was bei mir auch so krass ist, ich trage nur noch Crew-Socks eigentlich. Also, keine kurzen Socken mehr. Also, nicht mehr diese Sneaker, diese typischen Sneaker-Socken. Nee, ich auch. Weil auch zu Sneaker trage ich immer Crew-Socks. Also, irgendwie, das müssen wohl Socken sein. Ja, weil irgendwie finde ich es mittlerweile komisch, wenn mein Knöchel frei ist. Ich finde es auch voll komisch. Und was bei mir auch ein No-Go ist, wenn ich Adidas-Socken mit Nike-Schuhen kombiniere. Das geht für mich irgendwie gar nicht. Nein, das kann ich einfach nicht sehen. Naja. Ja, gut. Hab da noch nie drauf geachtet. Boah, ich achte voll da drauf. Wir haben übrigens festgestellt, also wir sind gerade hier wieder in meinem Schlafzimmer. Und wir haben festgestellt, dass hier der beste Ton ist. Ihr könnt es ja mal, also ihr könnt ja mal sagen, also ihr könnt es ja mal bestätigen oder nicht, ob ihr das auch so findet. Aber jetzt, wo wir uns die letzten, also gerade so in den letzten Folgen haben wir uns ja ausprobiert, verschiedene Räume getestet und immer anderen Kamera-Hintergrund. Und das Schlafzimmer hat irgendwie so den besten Sound gehabt. Ja, genau, weil hier voll viel Stoff ist und voll viel, wo der Ton halt nicht so schallen kann. Ja, genau. Also der Raum ist gut zugestellt. Genau. Dass der Ton gut ist. Ja. Übrigens, falls ihr diesen Podcast hört, also diese Folge. Ich weiß gar nicht, wie ich mich hinsetzen soll. Also für alle, die Video zugucken. Also ich glaube, das machen eh nicht so viele. Ja, ich habe auch das Gefühl, niemand guckt unser Video an. Niemand hat so viel Mühe. Echt so. Wir haben uns diesmal nicht extra geschminkt für euch. Nee. Diesmal sieht man richtig ranzig aus. Das guckt eh niemand. Ja, genau. Deswegen, heute habe ich fettige Haare, bin ungeschminkt, habe viele Pickel im Gesicht. Also geht gerade richtig. Extra für euch. Drauf gemacht. Ja, genau. Ja, und ich bin so, also ich sehe nämlich in der Spiegelung, wie ich auf dem Video aussehe und ich, mich nervt es irgendwie so, dass man so immer einen Schritt gucken kann. Naja. Ich kann bloß mich so hinlegen. Sitzt mal da wie eine Lady. Das ist irgendwie so. Ja. Egal. Auf jeden Fall. Jetzt gucken alle extra bestimmt im Video rein, um zu gucken. Wir sind nackt. Wir sind gerade nackt. Wie es aussieht. Wenn ihr es sehen wollt, schaltet ein. So wie bei Onlyfans. Ey, die tun da wirklich so, ähm, die tun da halt so falsche Werbung machen. Ja, die sagen, wenn ihr mich nackt sehen wollt oder wie auch immer, dann schaltet ein und dann sieht man eigentlich nur. Genau. Oder, weißt du was? Ich finde die Leute, die kriegen sogar Credits, ne? Die Leute, die so Fuß-Content online stellen auf Onlyfans. Ja. Ich schwör, das kann ich mir auch vorstellen. Ich auch. Also ich muss sagen, ich habe nichts dagegen, meine Füße zu zeigen. Also du hast echt schöne Füße. Also ich zeige jetzt meine Füße für alle Fuß-Petischisten. Macht ein Bild. Macht ein Screenshot. Vor allem weislich diese Perspektive. Oh mein Gott, es gab mal. Oh mein Gott, es gab mal jemand. Ja. Oh mein Gott. Es gab mal jemand. Ja. Es gibt einen Instagram-Account, der Fuß-Bilder hochgeladen hat von Influencern, ne? Genau. Und extra so rausgeschnitten aus Bildern. Genau. Auch aus Videos rausgeschnitten. Einfach so. Und voll auf die Fuß-Unterseite, wo ich mir denke, das ist doch das Hittlichste. Da ist so Hornhaut und alles ist da dran. Und die Fuß-Unterseite hat er voll auf gepostet. Also das war ein richtiger, der war schon richtig gefühlt. Der war noch dreckiger unterwegs als die normalen Fuß-Petischisten. Und ich weiß nicht, ob das der gleiche war, aber es gab auch jemand, also Kat war übrigens schon mal auf einer Porno-Seite. Ich war ein Porno-Star. So, Ex-Post. Nee, also Kat wurde mal, also es wurde ein Ausschnitt von unserem Vlog genommen. Und zwar, wie Kat in der Badewanne liegt. Und zwar, ich habe sie gevloggt, eigentlich voll random. Warum habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Aber du hast, also sie hat auf jeden Fall gebadet. Wir haben immer alle zusammen gewohnt. Sie hat gebadet, sie hat die Tür aufgelassen, offengelassen und sie war halt voller Schaum. Also man hat nichts gesehen. Wie random eigentlich? Warum habe ich die Tür offengelassen? Ich so. Warum alle da sind? Also macht echt, also im Nachhinein macht es keinen Sinn. Egal, auf jeden Fall hat sie gebadet. Ich habe sie gefilmt dabei. Und irgendwie. Und dieses dreckige Filmchen haben wir dann auch von der Porno-Seite aufgelassen. Ja, und irgendein Zuschauer, irgendein Perverser da draußen, hat diesen Ausschnitt auf einer Porno-Seite hochgeladen. Ja. Und irgendjemand, und das ist ja eigentlich schon krass, also wir sind selber nicht drauf gekommen, weil wir chillen, ich auf Porno-Seite. Nee, Yannick hat es uns geschickt. Echt, war das Yannick? Das war Yannick. Echt. Und die erste Frage war nicht, hier, warum ist das Video auf einer Porno-Seite, sondern auf welchen Seiten bist du? Und immer so richtig so, nein, ich war da nicht drauf, eine Freundin hat es mir geschickt. Oh ja. Genau. Ja, ich war mir gar nicht mehr sicher, wer es uns geschickt hat. Ich dachte irgendwie, irgendeine Zuschauerin. Ja, auf jeden Fall, ich dachte mir, krass, also, weil, ich meine, auf dem Video sieht man ja nichts. Also, ich, also, da merkt man mal so, wie, wie man so unter dem was. Wie schnell man Pornostar wird. Genau. Wie schnell man Pornostar. Wie schnell man solche Videos macht. Genau. Und damit kann man schon Geld verdienen. Leute, also, falls ihr noch einen Nebenjob braucht, einfach nur beim Baden-Film, wo man nichts sieht. Ja, und das finde ich aber so krass, Onlyfans machen gefühlt so, so viele, sogar viele in unserem Bekanntenkreis. Ja, sogar eine Klassenkameradin von dir. Genau. Haben wir gehört. Ja. Auf Insider-Quellen. Und das ist so interesting. Ja, und die verdienen aber richtig viel Kohle damit. Richtig krass. Krass. Sie kann davon leben. Komplett. Ich meine, wenn es einem nichts ausmacht, sich... Warte, du hast dein Auge gezuckt. Kann das sein? Nee. Du hast gerade eben voll krass gezuckt. Echt? Ich merke das nicht. So richtig so im King. Also, ähm... Genau. Also, wenn man nichts dagegen hat, sich zu entblößen und irgendwie darauf steht selber, warum nicht? Ganz ehrlich? Wenn man damit sein Geld verdienen kann? Ja. Also, ich denke mir auch voll oft, so unser Job ist schon komisch, weil wir filmen uns einfach nur den ganzen Tag. Also, wir zeigen unseren Alltag. Genau. Wir zeigen unseren... Also, unser Privatleben. Ja. Und damit verdienen wir Geld. Also, wir sind ein komplett offenes Buch, Leute, weil wir haben wirklich gar keine Geheimnisse. Das können wir ja jetzt an dieser Stelle bestätigen. Alles, was wir preisgeben, kennt ihr. Oder? Haben wir ein Geheimnis? Nein. Hä, wie? Warte mal kurz. Also, alles, was wir so zeigen in unserem Alltag. Genau. Das ist so. Das passiert halt. Also, wir haben keine Geheimnisse. Ja. Es gibt noch so Leute, die halt so einen Teil von ihrem Leben privat lassen und so weit. Aber bei uns ist es gar nicht so. Also, wir filmen uns in der Balewanne. Also, so weit geht's schon. So, ja. Das ist eigentlich schon krass. Das Einzige, was wir noch nicht so gefilmt haben, ist so unsere Drecksunterwäsche. Das ist so die... Boah, die war bestimmt safe in meinem Hintergrund. Safe war die in meinem Hintergrund. Es gibt noch Grenzen. Nee. Aber, ja, ich finde es auch krass, was Leute alles so auf Onlyfans oder generell im Internet so preisgeben. Und diesen Fußfetischisten, der hier die Influencer-Fußbilder gepostet hat, da kam Kat übrigens sehr oft vor. Also, ich hab anscheinend schöne Füße. Ja. Wurstfüße. Die sind wirklich so ganz viele Anfragen, so Fußmodel. Ja. Nee, aber ich, weil viele haben schon gesagt, dass hier, wenn man irgendwie mal nebenher was verdienen möchte, dann mach mal Onlyfans-Fußbilder. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele das abonnieren. Du, you never know. Weil ich glaube, es gibt zu viel Konkurrenz. Es gibt, es gab doch auch mal dieser Regisseur oder dieser Produzent auf Nickelodeon, der war doch so ein krasser Fußfetischist und hat dann auch immer so komische Sequenzen aufgenommen von Alkali und Victorious, wo die halt so voll lange so ihre Füße, also die mussten zum Beispiel singen oder so. Und dann sieht man so eine Sequenz, wie die auf dem Bett sitzen und so nackt mit ihren Füßen so rumspielen. Oh, stimmt. Oder so Nahaufnahmen von Füßen. Oder auch so. Es kam dann raus, dass der halt einen Fußfetisch hatte. Ah. Und darauf stand. So, jetzt macht es Sinn. Warum viele Fußaufnahmen auch bei Alkali waren? Ja. Kann ich null nachvollziehen, ne? Also auch dieser Lolli, dieser Fußlolli, den man in so Brause tunkt und dann das so genüsslich ableckt. Ekelhaft. Also krass, oder? Dieser Lolli ist einfach von Fußfetischisten gemacht eigentlich. Mhm. Nee. Und die Kinder werden schon ganz früh influenced damit. So geil, einfach mal an Füße lecken. Ach der Geschmack, lecker. Und dann witzelt es auch noch so im Mund. Nee, aber einen Fußfetisch kann ich auch echt nicht nachvollziehen, weil das ist so, dass Füße sind so, die sind die ganze Zeit auf dem Boden und die sind irgendwie so dreckig. Nee. Aber. Dann Hornhaut, dann gibt es welche, die haben... Ja, so trockene Stellen und Haare und Hühnerauge und Fuß, wie heißt es so, die deformierten Fuß von zu viel Haie ins Tragen, Wurstfüße, aber auch keine Ahnung. Das hat doch auch einen Namen. Ja, ich weiß nicht, Krähenfüße? Nein. Nee, das ist aber Krähenfuß, boah, also... Nee, aber es gibt so einen, für diesen seitlichen Teil, der so absteht, ist einfach voll viele Omis. Helix, Heflux. Ja, Helux oder so. Helux. Heluxfuß. Fuß, keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Oder ist es ein Piercing? Helix. Piercing. Ach so, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall habe ich es nicht. Noch nicht. Ja, ich glaube, das kommt auch oft mit dem Alter. Ja, durch falsche, äh, zu kleine Füße, äh, zu kleine Schuhe, oder? Ja. Wird mir nie passieren, ey. Bei mir ist es wirklich so, scheißegal, was für eine Zahl da ist. Also voll viele Leute oder Mädels da draußen, die, ähm, die sich für ihre Schuhgröße schämen. Genau, die wollen dann unbedingt noch so unter 40, äh, also 38, 39 tragen, wo ich mir denke, so, du hast 40, Digga, trag doch einfach 40. Und bei uns ist sogar schon so, dass wir sagen, hey, wir wollen noch ein bisschen, äh, Luft, Platz. Wir tragen 41. Und das mit Stolz. Ja. Und mir passt auch 40 nicht mehr auf einmal. Ja, nach den Schwangerschaften eh, weil da, das ist auch interessant, warum wächst der Fuß nach einer Schwangerschaft, verstehe ich nicht. Also was passiert da? Oder wird einfach dicker, ich weiß es nicht. Nee. Also ich hatte auf jeden Fall, vorher hatte ich auf jeden Fall 40, aber nach der, nach der ersten Schwangerschaft schon musste ich alle meine Sneaker und so aussortieren. Weil du 41 hast. Genau, weil ich 41 auf einmal hatte, aber ich frage mich, habe ich einfach die ganze Zeit schon 41 gehabt? Und jetzt ist es interessant, hast du jetzt 42? Nee. Die zweite Schwangerschaft? Nee. Ey, letztens. Da habe ich mir aber auch schon ganz kurz so gedacht, also da habe ich ganz kurz gedacht, so, mh, okay, nicht so nice. Ähm, ich habe so Air Force, also nicht Air Force One, aber so diese billige Version im Deichmann für 70 Euro. Ist das nicht das Gleiche? Ey, nee, voll viele sagen, das sind keine Air Force One, aber für mich sehen die aus wie Air Force. Ähm, genau, und die habe ich letztens getragen, also beziehungsweise habe die neu ausgepackt und habe die dann einmal angehabt, beim zweiten Mal waren die schon weg. Die waren schon weg. Kommt Leo von der Arbeit nach Hause, hat auf einmal neue Schuhe an. Ich dachte mir so, hä, das sind glaube ich meine. Und dann hat er gesagt, ja, die habe ich jetzt geklaut von dir, weil die passen mir. Ja, ich sag 41, krass. Ja, das ist eh so ein Ding, also unsere Jungs, die tun so, als haben die 42, aber ich glaube, die haben 40. Ich glaube auch, die haben sogar 40, 41. Ja, weil, wenn ich auch meinen Fuß an Julis Fuß halte, ich schwöre, das ist genau, also das ist, der hat einfach nicht größere Füße. Nee, Leo hat eigentlich kleine Füße, der hat nur einen überdimensionalen Riesenzeh. Nee, ich schwöre, dann wäre dieser Zeh nicht so riesig. Dann hätte er 38. Safe. Und Lorena hat einfach eins, eins, seine Füße geerbt. Die denkt sich so, eigentlich habe ich 38, aber mein Zeh, mein Zeh passt nicht rein. Ja. Kommen wir mal bitte von diesem Fußthema jetzt weg. Ey, wir können aber echt lange über Füße reden. Und wir haben jetzt so lange darüber geredet, dass das Wort Fuß sich schon ganz komisch anhört. Ja. Also, so oft, wie man, also Fuß, dieses Wort ist schon komisch. Fuß. Okay. Wer kommt da drauf? Ich, also, wer hat einen Fuß angeschaut und hat gedacht, ich nenne dich jetzt Fuß. Fuß. Also, Eliana hat auch mal vor kurzem eine Frage gehabt und ich denke mir, jedes Mal bei ihr, also bei Eliana ist es wirklich so, ich denke mir so, wie kommt sie auf diese Frage? Also, wie kommt ein vierjähriges Kind darauf? Und ich habe voll oft gar keine Antwort drauf. Und da hat sie gefragt, warum sagt man eigentlich Mama und Papa? Wer hat gesagt, dass man Mama und Papa sagen muss und warum sagt man nicht die Namen? Ja. Ha! Aber das sind einfach, ja, das sind einfach die Laute, die Babys machen. Ja, genau. Also. Weil es einfach auszusprechen ist. Weil es, genau, einfach auszusprechen ist. Und, ähm. Aber weißt du, trotzdem, warum hat man bestimmt, dass eine Mama Mama heißt? Ja. Und ein Papa und Papa, warum ist nicht, warum ist es nicht andersrum? Oder warum sagt man nicht Lala oder so? Ja. Keine Ahnung. Ja, aber weil, also. Also, irgendjemand hat es bestimmt. Ja, bei Lorena, also, es sind tatsächlich die meisten, äh, die am häufigsten ausgesprochenen Silben, was sie sagt, ist immer Mam, 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 Pap, 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 und Baba, Baba, also immer das Gleiche, also immer diese drei. Und die Türken so Anne. Anne. Anne und Baba. Ja, ja, ähm, keine Ahnung, was mit den türkischen Kindern los ist. Anne, Anne. Aber obwohl, also, Lorena sagt ja, ne, 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 ne. Ach so. Also, Anne, ne, ne, ne. Vielleicht so? Keine Ahnung. Vor allem, Papa ist noch so, kommt noch, also Baba, kommt noch dem Papa nah, aber Anne? Das ist so voll weit weg von Mama. Was heißt Vater? Baba. Ah, heißt Baba auf, ähm, auf türkisch, Mama. Anne. Ja, das ist voll, ähm, voll random. Also, ich glaube, zumindest ist es Baba, aber. Nachher so, Mustafa. Ne, glaube ich nicht. Aber, ähm, ja. Auf jeden Fall, denke ich mir voll oft so, wir kommen noch so eine Frage, und dann fragt sie voll oft, warum, warum, sie hat gerade so eine Warum-Phase. Das ist eine Gemini, ne, das ist Gemini, das ist Zwilling, das Sternzeichen Zwilling. Die wollen immer wissen, warum. Die geben nicht auf. Naja, aber manchmal ist sie auch so, sie fragt warum, aber sie hört eigentlich nicht richtig zu. Sie fragt einfach nur random warum. Ich glaube, das ist eine Warum-Phase. Ja, und? Nein. Was auch richtig nervig ist. Sie fragt dich warum. Du sagst ihr die Antwort, die glaubt ihr nicht. Ja, die Suppen, glaube ich. Ne, ich glaube, es ist so und so. Dann denke ich mir so, warum fragst du mich? Ja, echt so. Man kann ja echt, also, man kann sie nie zufriedenstellen mit einer Antwort. Wir vor allem eigentlich, also Kinder sind ja eigentlich, ähm, also hören ja auf die Eltern und vertrauen ja eigentlich auf die Antwort, das was die Eltern sagen, aber Ileana nicht. Ne. Ileana vertraut uns nicht. Wir haben sie ja, glaube ich, in der Vergangenheit einfach schon zu oft verarscht. Ja, und das ist das Ding, äh, Ileana hasst es verarscht zu werden. Ja, was haben wir nochmal gesagt, was sie vor lange geglaubt hat? Boah, es war so viel, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Eigentlich voll fies, man sollte Kinder ja nicht anlügen, aber. Ja, auf den Philippinen, das ist so, ey, da wird wirklich, also da werden die Kinder richtig krass verarscht. Also so auf den Philippinen ist es so, man sagt ihnen gefühlt nie die Wahrheit. Wenn die irgendwas fragen, dann ist es immer irgendwas anderes, aber nie das, was es eigentlich ist. Naja, auf jeden Fall, ähm. Aber warte kurz, was mir ganz kurz zu diesem Thema einfällt, äh, türkische Kinder und Ileana, jetzt kommt's. Weißt du noch, als wir, als Janik und ich ein Kind entführt haben? Oh mein Gott, das war eigentlich voll krass. Eigentlich war das voll krass, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ob ich jetzt, ob ich jetzt mich jetzt strafbar mache, aber ich glaub nicht. Es ist ja niemand aufgefallen. Es ist schon verjährt, genau. Man verjährt eigentlich etwas. Ich glaub so drei Jahre ist so eine, so eine, so ein, wer heißt das, so eine Dauer. Auf jeden Fall, ähm, waren wir, sind wir auf einem Event eingeladen gewesen in Istanbul. Übrigens, ich glaub Istanbul ist so, ich war nur einmal in Istanbul und ich hab aber so geile Erinnerungen und, äh, so viele positive Erfahrungen mit Istanbul gehabt, dass ich da unbedingt nochmal hin möchte. hatte, aber irgendwie kam ich bisher noch nicht dazu. Oder generell. Ich hab mich grad gefragt, was für positive Erinnerungen. Also wir waren im Four Seasons Bosporus Hotel und haben dort jeden Tag Shisha geraucht. Das war meine positive Erinnerungen. Ähm, wir haben auch übrigens im Nachgang jetzt erst erfahren, wie krass das Hotel war, in dem wir waren. Das ist bei uns bei allem so. Wir könnten in, ähm, krassesten, keine Ahnung, mit krassesten Leuten am Tisch sein oder wir checken es erst im Nachgang. Wir sind richtige Dummies. Wir könnten auch mit Angela Merkel am Tisch sitzen. Wir checken das erst später. Ja, es gab so viele Momente. Ja. Auf jeden Fall, ähm, kurz nochmal zur Endführungsstory. Ich hoffe, ihr seid bereit. Also Yannick und ich haben uns eigentlich was strafbar gemacht. Und zwar waren wir auf dem Weg nach Istanbul und, ähm, da gibt's ja diese Passkontrolle, ähm, bevor wir halt, äh, losgeflogen sind, bevor wir in dieses Gate kommen. Und, ähm, ich hatte Eliana auf dem Arm. Und dann hieß es, alle, die Kinder haben, äh, gehen schon mal vor. Und es war eigentlich schon, also die Passkontrolle war schon kurz, äh, also war viel zu spät, weil es war eigentlich schon Boarding. Also wir hatten auf jeden Fall alle richtig Stress. Und, ähm, genau. Und dann hieß es, alle, die Kinder haben, dürfen bitte, also bitte vor. Und ich hatte halt Eliana auf dem Arm. Deswegen bin ich dann vor. Und du, Mama und Yannick, ihr wart noch weiter hinten. Und dann, ähm, hab ich Passkontrolle gemacht. Die hat, äh, also der Polizist hat dann, ähm, meinen Pass kontrolliert und Elianas Pass und hat dann gefragt, wo ist der Vater? Ich weiß auch nicht, ich bin so panisch geworden, weil, ey, ich weiß auch nicht, was es mit mir ist. Und Polizisten, ich mach nix, aber ich hab so Angst vor denen. Sobald die mit mir reden, ich bin so, ich hab, ich gestehe alles. Ich hab mich strafbar gemacht. Auf jeden Fall hatte ich aber so Panik in dem Moment. Ich hätte ja auch einfach sagen können, hey, nee, das ist nicht meine Tochter, die Mutter ist da hinten. Also, und hätte dann Anna regeln lassen. Aber ich war dann so, der Vater, ähm, ja, der Vater ist, äh, da hinten. Sehen Sie diesen großen jungen Herren? Äh, das ist der Vater. Ähm, und dann hat er dann, der Polizist gesagt, ja, dann rufen Sie doch mal den Vater her. Ich so, Yannick. Und Yannick dachte ich so, was will der jetzt von mir? Ja, und der so voll im Unwissen, der Polizist dann so, sind Sie der Vater von Eliana? Und ich war so, ich guck, und ich guck Yannick an und denk mir so, fuck ja, fuck ja. Und er so, ja. Und wir waren so richtig so erstarrt und konnten einfach gar nicht mehr reden. Und er war so, okay, dankeschön, ähm, genau, guten Flug. Also hat er nichts Näheres gefragt? Nee. Ah, okay. Nee, er war einfach nur, dankeschön, okay, äh, weil da hieß ich ja auch noch Damm. Also, das hat er, glaub ich, gar nicht hinterfragt. Und, ähm, hat er dann die, uns die Pässe zurückgegeben und wir sind dann reingelaufen und hatten so einen krassen Kloß im Hals, weil wir gedacht haben so, haben wir jetzt gerade ein Kind entführt? Ähm, und Anna und Mama waren eigentlich so im Hintergrund und, äh, wir sind dann schon gebordet, waren schon im Flieger, haben dann auf Anna und Mama gewartet. Und dann haben wir gedacht, krass, wir haben einfach ein Kind entführt. Das war meine eigene Nichte. So einfach geht's? So einfach geht's. Der wollte gar nichts von uns wissen. Der wollte keine Geburtsurkunde, nix. Also, der hat zwar gesagt, das nächste Mal einfach die Geburtsurkunde mitnehmen. Ähm. Ja, die sind da, also generell, ich glaub, die sind da gar nicht so, dass sie so krass streng alles kontrollieren werden. Aber die dachten sich halt auch so, weißt, die heißt gleich wie die, also, weißt? Ja. Die heißen ja gleich, also. Ja. Also, bei mir war das, also, nach meiner Erfahrung jetzt auch die letzten, nach den letzten Jahren, ähm, wo wir mit Eliana voll viel gereist sind, habe ich, fand ich's eh immer krasser, wie wenig das eigentlich kontrolliert wird. Also, ich meine, ich war eigentlich ganz froh, weil ich hatte nie eine Einverständniserklärung jetzt von Juli. Ähm, also, er war natürlich immer, äh, informiert und so, aber ich hab einfach immer vergessen, dieses Blatt auszufüllen. Ja. Weil das einfach so oft auch vorgekommen ist. Und, ähm, genau, und da hab, da war ich auch froh, dass die Polizisten an sich das, äh, locker gesehen haben. Aber eigentlich, wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es schon krass, wie einfach man mit einem Kind einfach aus dem Land, das Land verlassen kann. Ich glaub, da kann ich, also, wirklich kindabhängig, glaub ich. Und auch nochmal, äh, personabhängig, wer mit dem Kind reist. Weil, ähm, ich hatte jetzt, also jetzt mit Lorena, musste ich jedes Mal, ähm, dieses Schreiben zeigen. Und einmal, also beim ersten Mal war das so, weil ich hab dann gedacht, ja, wir heißen gleich. Wird schon. Und, äh, dann fragt der Polizist, ja, haben Sie eine Vollmacht von dem Vater? Und ich war so, nee, brauche ich das? Und dann war er so, ja, wir können sie jetzt leider nicht durchlassen. Also, ja. Und dann hab ich gesagt, kann ich ihn anrufen? Und dann war er so, ähm, eigentlich, ja, okay, Ausnahme. Ich denk mir so, das kann halt auch jeder sein, eigentlich, ne? Aber eine Unterschrift kann auch jeder einfach, äh, hinsetzen. Hab ich dann auch gedacht. Auf jeden Fall hab ich dann, äh, Leo, das war morgens noch um, äh, sechs Uhr morgens oder so, waren wir da am Flughafen. Und ich klingel Leo an und dachte mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte geht ran, der hat noch geschlafen. Und dann geht der ran, so richtig verpennt. Und dann, hallo, hier ist die Polizei Baden-Württemberg. Und er war so, oh mein Gott. Und Leo war so, was hab ich gemacht? Ja. So frisch aufgestanden, erstmal die Polizei am Telefon. Ja. Ja. Also, keine Ahnung, was das mit Polizisten ist, aber sobald ich mit denen sprechen muss, ich bin, ich hab Angst. Ich hab voll Angst, dass ich irgendwas gemacht hab. Ja. Warum ist das so? Fahre ich mich. Ich glaube, weil wir Ausländer sind. Nee, ich glaub nicht. Weil ich, doch, Ausländer, ich glaub, die machen immer, also ich hab das Gefühl, also Ausländer haben mehr Angst vor der Polizei als Deutsche. Ja. Also, wir sind so, oh Gott, schnell weg, die Polizei ist da. Und Juli zum Beispiel ist so, nee, die Polizei ist unser Freund und Helfer. Ja, ja, echt so. Also, ja. Ich glaube, das ist nur in Deutschland so. Ja. Genau, zu Istanbul ist mir auch noch was eingefallen, weil du gesagt hast, ja, wir haben ja eine positive Erinnerung. Also, es gab so eine richtig komische Situation eigentlich mal in Istanbul und zwar, wir waren dort eingeladen zu so einem Summit. Ein Summit ist so eine Versammlung von, ich weiß nicht, von Influencern und Creatern und Brands. Und da waren wir auf jeden Fall eingeladen, das ist eigentlich ganz cool, das kann ich ja nochmal machen. Also, wenn wir nochmal eingeladen werden. Also, wir könnten mir das so selbst entscheiden. Ja, ich glaube, Four Seasons. Naja, auf jeden Fall. Ey, ich hab aber mal geguckt, wie fehlen eigentlich eine Nacht bei Four Seasons, was Boris kostet, weil ich gedacht hab so, ah ja, können wir da mal wieder hingehen, wir in Istanbul gehen. 2.000 Euro die Nacht. Alter, ich bin so krass, gell, 2.000 Euro. Und wir haben es einfach nicht appreciated, als wir dort waren. Ja, echt so. Wir waren, wir haben das nicht genossen, also, wir haben es gar nicht ausgenossen, das Hotel. Ja, aber trotzdem würde ich sagen, ich finde, das sind keine 2.000 Euro wert. Ich schon. Echt? War schon geil. Also, das Frühstück und so war schon richtig geil, aber... Es ist ein eigener Butler. Ja, gut, das hab ich aber nicht genutzt. Es gab einen richtig krassen Spa-Bereich, da sind wir auch nicht hingegangen, aber... Da waren wir auch nicht drin. Es gab Shisha, die war richtig gut, in diesen Pavillons, aber schon 2.000 Euro. Ja, okay, war drei. Das waren übrigens alles Sachen, die wir extra bezahlt haben. Ja. Also, das war nicht inbegriffen. Aber das Hotel an sich war schon voll krass, weil man so einen Blick aufs Meer hatte. Ja, doch, es hat eine richtig gute Lage und so, das auf jeden Fall. Aber wir haben es nicht appreciated in dem Moment. Ja. Ähm, und... Was wollte ich eigentlich erzählen? Wir hatten eine komische Situation in Istanbul. Ach so, ja. Ich kann mich nicht mehr an eine Situation erinnern, wo wir in... Wir waren in einer Shisha-Bar. Ah ja. Und, ähm... Man muss dazu sagen, also... Wir haben da halt so ein paar Leute kennengelernt. Also, Yannick, Katrin, du und ich waren da. Nee, Yannick war dann nicht mehr da, der ist abgereist. Es waren nur du, Katrin und ich. Ah ja, genau. Und da haben wir halt so ein paar Jungs kennengelernt. Der eine, der war voll bekannt, das war so ein, ähm, so ein Videograf. Ja. Oder? Ja, aus L.A. auf jeden Fall. Aus L.A. auf jeden Fall, so ein Videograf. Und, ähm, wir haben auf jeden Fall schon beim ersten Gespräch, haben wir schon gemerkt, der hat sich, äh... In Katrin verguckt. Ja. So, wir haben schon gemerkt, okay, da, äh, ist irgendwas. Mhm. Und das war schon so richtig komisch, weil der hatte noch zwei, er hatte dann zwei, ähm, Begleitpersonen, ähm, und er wollte dann, an einem Abend haben wir dann zusammen was gemacht und er hat quasi Katrin ausgeführt mäßig. Aber wir haben sie begleitet und er hat dann noch seine Begleitung mitgenommen. Und das sah dann so aus, als hätten wir so ein Dreier-Date. Und zwar in einer Shisha-Bar und die Leute, also auch in der Shisha-Bar haben uns so behandelt, als wäre das so ein Dreier-Date gewesen. Und ich war, wir waren so richtig so, okay, also das geht hier voll in die falsche Richtung. Und vor allem, also, äh, der, der auf Katrin stand, der sah, glaube ich, auch von allen am besten aus, ja? Ja, dann kam der Zweite, der saß gegenüber von Anna dann und Anna hat sich dann mit dem unterhalten, der sah auch noch ganz cute aus. Also ratet mal, wer den hässlichsten Absichten umfasst. Aber der war nett, der war nett. Der war schon nett, ja. Ja, es waren alle nett. Es waren alle nett. Wir haben uns ja auch noch mit denen unterhalten. Aber ich sagte mir in dem Moment so, also, ich meine, ich habe keine ernsten Absichten, aber, warum kriege ich den hässlichsten? Naja. Ja, aber meiner, meiner war schon verlobt. Oh. Und der war, nee, das fand ich voll interesting, weil er war nämlich, ähm, Russe, also halb Russe und halb Syrier. Ja, ja. Fand ich voll interesting. Ähm, und er war schon verlobt, auf jeden Fall, also er hat irgendwie so ein Studium gemacht in der Türkei, ähm, und war verlobt auch mit einer Türkin. Und er war 19 oder so zu dem Zeitpunkt und ich dachte mir so, krass, voll jung. Doch, der war, doch, der war drei Jahre oder so jünger als ich zu dem Zeitpunkt und ich war, glaube ich, 22. Ja, der war 19. Krass. Ja, auf jeden Fall war der verlobt und der hat auch erzählt, der wohnt, äh, in Syrien, hat aber einen russischen Pass und, äh, wenn man einen russischen Pass hat, wenn man einen russischen, das war kein Pups. Wenn man, wenn man einen russischen Pass hat und in Syrien lebt, dann kann man quasi alles machen. Dann ist man so. Genau, dann kann man auch ohne Führerschein so fahren quasi. Dann kann man ohne Führerschein fahren, kann eigentlich machen, was man will. Schon krass. Crazy. Ja. Fand ich immer. Die Macht des Passes. Ist wirklich so. Ey, ich sag zu Leo die ganze Zeit, er soll endlich einen deutschen Pass machen. Glaubt ihr, der hat keinen deutschen Pass. Ich bin mit einem Ausländer verheiratet. Wie schlimm. Der hat mich nur geheiratet wegen meinem deutschen Pass. Kann er nicht sogar nach vier Jahren automatisch dann? Er hätte auch schon längst einen deutschen Pass machen können. Stimmt. Das war's. Genau, aber er hat immer gedacht so, ja komm, ich heirate dich, weil dann nach vielen Jahren habe ich einen deutschen Pass. Ja, du musst den erst mal beantragen, so wie du eigentlich schon längst einen deutschen Pass hättest beantragen können. Der hat ja auch noch. Vor allem, der muss nicht mal was Besonderes, der muss ja nicht mal einen Eingebürgerungstest. Einen Einbürgerungstest machen, oder? Ja, nee, muss er nicht. Also, ich meine, bis 18 wäre das ja eh ein Geburtsrecht gewesen. Da hätte er eh, ohne irgendwas zu machen, glaube ich. Einen deutschen Pass kriegen können. Und jetzt danach muss er halt vielleicht sich austragen lassen in Kroatien oder so. Irgendwie sowas. Ich glaube, daran, da ist der Haken. Nee, weißt du? Daran scheitert es. Weißt du, woran es scheitert? Der Gang zum Ausländeramt. Heißt das Ausländeramt? Auslandsbehörde? Genau. Ausländerbehörde? Ich weiß es nicht. Genau. Der Gang dahin. Ja. Also, ich bin auch froh, dass ich einen deutschen Pass habe. Weil, ich glaube, wenn wir einen philippinischen Pass gehabt hätten, hätten wir diesen Einbürgerungstest machen müssen. Und den hätte ich safe nicht bestanden. Safe nicht. Nee. Obwohl ich schon mein halbes Leben hier bin. Komisch. Ich glaube, nicht mal Deutsche würden den bestehen. Also, keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Einbürgerungstest gemacht. Eigentlich könnten wir es mal machen. Okay, wer ist unser Bundeskanzler? Unser Bundeskanzler ist Olaf Scholz. Oh mein Gott. Ich musste gerade echt überlegen, gell? Wer ist unsere Außenministerin? Die, ähm... Die, ähm... Hier, die grüne Tante. Grüne Tante. Ähm, ähm... Baerbock. Baerbock, genau. Ich kann mir noch nicht merken. Ich wäre... Ja. Aber ich weiß, wie sie aussieht. Ich weiß, wie... Ey, aber... Ja. Ja, also... Ja, wir tun ja immer so dumm, glaube ich. Also, an dich... Wer ist unser Bundespräsident? Boah. Ja. Davon hatten wir es noch letztens. Warum guckst du so? Weil ich... Weil ich selber nicht... Also, ich bin mir selber nicht sicher, wer es ist. Du hast schon geguckt, als hättest du die Luft eingedickt. Ich warte, wieso? Ich hoffe, du denkst das gleiche wie ich. Oh nein. Sag. Ich sag lieber nicht, weil sonst blamieren wir uns. Lindner. Oder? Nee. Nee, das ist nicht Bundespräsident, oder? Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Warte mal ganz kurz. Der Christian Lindner. Christian Lindner. Ist es... Ich glaube, der macht Finanz... Ach, keine Ahnung. Wir blamieren uns gerade so richtig. Ja, genau. Also, ähm... Allgemeinbildung ist bei uns... Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Wir tun nur so dumm. Nee. Wir kennen uns da schon ein bisschen aus. Wir kennen uns schon gut aus. Also, eigentlich doch. Wir kennen uns da voll gut aus. Ich glaube... Ihr kennt euch nicht so gut aus. Ich glaube, ihr solltet hier mal... euch weiterbilden. Ich schätze. Nee. Ähm... Genau. Können wir bitte dieses politische Thema lassen, weil ich hasse... Ich hasse es auch generell. Ich werde schon so richtig nervös. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im Privatleben. Wenn mich irgendjemand fragt wegen Politik oder Religion, denke ich mir, geh raus. Hör auf, halt's Maul. Hör auf. In meinem Kopf gibt's nur einen Hörner. Ja. Vor allem, wir haben ja schon mal so Anfragen bekommen für TV-Sendungen. Ja. So, jetzt exposen wir uns. Bei so TV-Sendungen, wir haben auch schon welche gefragt mal, an welche TV-Sendungen würden wir so mitmachen? Ja. Ja. An welche TV-Sendungen? Und bei dir war's... Are you the one? Ja, genau. Es gibt aber TV-Sendungen, es gibt auch Trash-TV. Also bei Trash-TV, Leute, safe are you the one? Temptation Island? Nee, Temptation Island nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, warum sich Paare da anmelden. Es ist unterhaltsam. Also die aktuelle Folge, also die aktuelle Staffel, Leute, die ist krank. Und ich hab, ja, auf Evil Saar war Lola auch da. Also Lola Weipat ist die Moderatorin von Temptation Island. Ich hab sie ein bisschen ausgefragt. Meine erste Frage war, sind es echte Paare? Weil, ganz ehrlich, also mir kamen die Leute nicht vor, als wären es so echte Paare. Aber sie hat gesagt, ja, die sind echt. Die sind echt und sogar teilweise passieren noch krassere Sachen, die gar nicht ausgestrahlt werden. Auch krass. Also diese Staffel... Komm, spill jetzt mal den Tee. Nee. Weil nachher, ich frage mich auch, nachher hat sie mir was verraten, was sie eigentlich gerne verraten darf. Und ich verrate, weiß ich, ich meine, nachher, ich will nicht, dass jemand ärger bekommt. Aber, ähm, genau. Ähm, ja, Temptation Island kann ich nicht nachvollziehen, dass da sich... Also, da machen ja nur Paare mit, wo es anscheinend nicht läuft in der Beziehung. Und das ist noch ihr letzter Hoffnungsschimmer. Irgendwie sowas. Ach, die wollen auch alle eine Follower, ganz ehrlich. I don't know. Aber, ähm, ja, bei Are You The One kann ich mir tatsächlich vorstellen, mitzumachen. Ähm, weil, ich meine, man muss ja nicht so sich verkappeln. Das finde ich ja eh voll albern. Die sind dann direkt so, die lernen sich da kennen und sind direkt so, wir sind ein Paar. Und, äh, dann müssen die anderen aber auf ein Date und dann werden die eifersüchtig. Und ich denke mir so, Leute, Alter, ihr müsst nur euer Perfect Match finden und nicht eure Liebe fürs Leben. Also, ihr wollt doch am Ende nur das Geld. Ja, das ist wichtig. Es geht ums Geld, Leute. Es geht ums Geld, wir müssen uns drum konzentrieren. Und ich bin auch wirklich so, dass ich, ähm, das, äh, da zuschaue und als Zuschauer so richtig schon so ausrechte, so, wer könnte ein Perfect Match sein? Die war ein No-Match, die war ein Perfect Match. Aber Kat, letztendlich, wenn alle, aber wenn alle so wären wie du, dann wäre es nicht unterhaltsam. Ja, schon, ja. Also, also, okay, also Kat würde auf jeden Fall bei Are You The One nicht machen. Es wäre einfach nur unterhaltsam, weil ich drin bin. Weiß ich nicht mehr? Okay, genau. Ähm, also an alle, also hier, falls jemand zuhört, ne, von der RTL2-Redaktion, hier ist eine Kandidatin, das hat man doch gar nicht mehr verheiratet. Nee, genau. Das wär's ja. Ich geh da rein. Heiße Singles sind am Start und eine verheiratete. Aber genau, das Einzige, was ich ein bisschen schon cringe finde, sind diese Challenges, die die machen müssen. Ja, die sind ja immer so irgendwie mit Lecken und so. Ah, nee, Wurst haben die auch jetzt zu einer veganen Wurst um, ähm, ähm, ja. Ja. Gab's nämlich, glaub ich, auch Hate, aber. Auch unnötig. Genau. Das war jetzt Trash-TV. An Trash-TV-Sendungen, wo würdest du mitmachen? Ähm. Prominent getrennt. Summer Hoster Stars. Ich hab mich gar nicht gesagt, oh, ist... Anna, du tatsächlich von meiner Anfrage für Temptation Island. Ah. Gibt's noch? Ach so, ja. Temptation Island hab ich eine Anfrage gekriegt und für... Dschungelcamp. Nein. Ach so. Ich will bei Trash... Ach so. Ach so, das stimmt, das gehört auch zu Trash. Das gehört auch zu Trash, ja. Äh, Dschungelcamp, genau, hab ich eine Anfrage gehabt und... Boah, wie heißt das nochmal? Big Brother. Mein Mann kann. Ach so. Und du so, mein Mann kann nicht. Ich mach nicht mit. Da verlieren wir safe. Ähm. Ja, also... Eigentlich müssen wir mitmachen, ne? Ja. Aber irgendwie, ich bin so, ich trau mich da nicht so, bei TV-Formaten mitzumachen, weil ich immer Angst hab, was kommt. Weil das ist so unberechenbar. Die können alles mit dir machen und dann wird es ausgestrahlt und du blamierst dich vor ganz Deutschland. Also das ist so meine größte Angst. Und deswegen, wir wurden ja auch mal, oder wurden wir angefragt, ich weiß gar nicht, wie schlag den Star oder schlag den Rab? Oder schlag den irgendwas? Schlag die Anna. Wie heißt das denn jetzt? Ja, schlag den Star. Schlag den Star, genau, schlag den Rab, gibt's ja gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, da hab ich so Angst vor diesen Fragen. Allgemeinswissensfragen. Politikfragen. Ja, genau, da wär die erste Frage, wie heißt unser Bundesminister? Und ich wär so, ähm, Christina Aguilera. Ja. Also deswegen, da kann ich mir nicht so vorstellen, mitzumachen. Was ich aber eigentlich auch interessant finde, ist Big Brother. Ey, ich findest du Big Brother? Ja, ich, ja, find ich schon interessant. Weil manchmal, ich stell mir halt manchmal vor, wenn da jetzt, ähm, Leute drin wären, die ich alle kenne, also so, keine Ahnung, irgendwie andere Influencer oder wie auch immer, wenn es so eine Influencer Big Brother wäre, dann wäre das bestimmt voll cool. Aber halt nicht Trash. Ah, ja. Aber ich findest manchmal schon interessant, so, ähm, ja, keine Ahnung, wenn man halt die Leute kennt, weißt du, wenn man so mit Leuten einfach im Urlaub ist. Also, was ich interessant finde, jetzt an normalen TV-Sendungen, jetzt nicht Trash-TV. Let's Dance. Genau, Let's Dance. Find ich tatsächlich interessant, aber ich hab schon so oft gehört, das ist das Anstrengendste, was man machen kann. Das ist, du bist da neun Wochen, glaub ich, geht das? Neun Wochen nur am Trainieren, am Tanzen, ähm, keine Ahnung was, Workouts machen und dann, ähm, und danach geht's ja nochmal auf Tour. Also, ich glaub, die ersten drei Finalisten oder sowas gehen dann noch auf eine Let's Dance-Tour. Boah. Und das ist krass, aber. Ja, also, ich könnte alleine schon da nicht mitmachen, weil ich nicht tanzen kann. Daran wird's schon scheitern, obwohl es wahrscheinlich schon interessant wäre zu sehen, wie, ähm, man sich so verbessert oder wie sich so entwickelt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir diese Choreo merken kann. Ja, aber guck mal, Julia. Beautyx, ja. Ja, Julia Beautyx hat jetzt da mitgemacht und guck mal, voll krass, ich hab die allererste Sendung, äh, gesehen, wo sie getanzt hat und da war sie tatsächlich einer der schlechtesten und jetzt ist sie zweite geworden. Ja. Voll krass, aber das ist eigentlich das Wichtigste bei Let's Dance. Du meinst, du darfst am Anfang noch nicht zeigen, was du kannst. Erstmal verkacken extra. Genau. Und dann sich verbessern. Ja, aber es hätte auch schon sein können, dass sie schon beim ersten Mal rausgeflogen wäre, aber das, sie hat halt den, ähm, Zuschauerbonus, ne? Ja. Die Zuschauer haben sie, wollten sie noch drin sehen. Genau, wir haben für sie angerufen und gevotet und übrigens, für alle, die es nicht wussten, bei Germany's Next Topmodel kann man nicht voten. Ja, voll unfair. Voll, nee, aber weil ich weiß noch, immer wenn ich so... Ich hab für dich gevotet. Nee, ich kann's gar nicht. Damals bei GLTM immer, wenn ich irgendwie Zuschauer gesehen habe, die haben immer gesagt, ich hab für dich gevotet und ich denk mir so, Lüge. Lüge, nee, nicht. Kann nicht sein. Wollen kann ich voten? Opfer. Naja, gut. Ja. Und ich hab einfach nichts gesagt, ich hab einfach so getan, ja, ja, dankeschön. Danke, bis vor uns. Ohne dich wäre ich niemals so weit gekommen. Übrigens, apropos, ähm, hier Zuschauer, ähm, sich ansprechen. Uns, äh, wir waren gestern in Stuttgart unterwegs und, äh, uns haben ein paar Leute angesprochen. Wir sind Fähig. Und tatsächlich, ähm, ja, wir hatten ja öfter angesprochen, so, ja, ich folge euch auf Instagram, ich folge euch auf YouTube. Aber jetzt war das erste Mal, dass jemand uns face-to-face gesagt hat, ich feiere euren Podcast. Oh mein Gott, stimmt. Das war so innerlich so, da dachte ich mir, oh, cool. Krass. Ich find's generell krass. Also, ich find's, also echt danke an alle, die es, ähm, fleißig weiterhören. Die noch übrig geblieben sind schon. Oh mein Mann. Ähm, aber die, ähm, ja, so, sich immer wie, also jeden Montag freuen, die Folge anzuhören und so. Also, es ist uns, und es uns auch immer schreiben auf Instagram. Ähm, wir finden das echt so, so krass, äh, dass wir jetzt schon so eine kleine Community entwickelt haben hier. Ähm, ich find's auch mega schön. Vor allem, es ist schon intimer als jetzt, äh, noch in Vlogs oder in, auf Instagram. Weil, ich weiß nicht, man, es ist so, es sind so Themen, die Anna und ich so privat eigentlich, äh, besprechen würden. Aber, man kann halt ausholen, man kann halt so ein bisschen mehr erzählen, was man so auf Social Media halt so nicht machen würde, weil man alles kurz hält. Ja, und ich glaube auch der Fakt, dass man halt auf YouTube oder auf Instagram, auf anderen Plattformen, dass es da so offen ist, dass man so auch angreifbar gemacht wird. Ist jetzt bei einem Podcast weniger, find ich. Stimmt, weil die Leute können nicht einfach kommentieren, du bist scheiße, du Hunde und so. Übrigens haben da immer noch nicht so ein bisschen geschrieben, was das Pendant ist zu Nagora for the Boy. Ja, echt so. Also, wir hatten ja in unserer letzten oder vorletzten Podcast-Folge, hatten wir euch gefragt, hier, haut mal eure krassesten oder das krasseste Schimpfwort raus. Gibt's nicht auf Deutsch. Gibt's nicht. Wir sind einfach, wir sind einfach ein Hater-Volk. Wir haben schon alles gehört und es ist nicht mehr so schlimm mittlerweile. Ja, und das übrigens hatte ich jetzt auch am Wochenende, als ich auf Ibiza war, da haben tatsächlich auch viele gesagt so, hey, die wollen, die können sich nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben. Die wollen wegziehen, weil, das hat eine gesagt und ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Also, ich hab's nicht gesagt, aber ich sag's euch jetzt mal. Anscheinend laut einer Statistik sind die Deutschen zusammen mit den Afghanern das unglücklichste Volk. Oh. Stimmt das? Was ist mit den Afghanern los? Ich mein, bei den Deutschen kann ich so nachvollziehen, aber die Afghanen... Gibt euch gut. Nee, aber... Nee, bei den Afghanern macht's noch... Dann verfalls so die Lache. Ja. Aber es macht noch Sinn, warum die unglücklich sind. Es ist so schlimm, was in diesem Land passiert. Ja. Ja, und was ist mit Deutschland los? Was ist mit den Deutschen los? So krass, also Deutschland ist so ein krasses negatives Volk. Da wird jeder beobachtet, jeder beäugt, da wird zu dem Nachbar rüber geguckt und da regt sich jemand auf, weil die Hecke fünf Zentimeter höher gewachsen ist als abgemacht oder die Mauer ist höher als... oder jemand hat seine Fassade grün gestrichen. Weißt du, mein, da wird sich immer so belanglose Dinge auf... Story of my life. Ja, war grad zu sagen, da spricht jemand aus ihrer Erfahrung. Nee, aber... Oh Gott, haben wir das schon mal thematisiert? Ich glaub dafür, wie ich wollt grad sagen, ich glaub dafür brauchen wir eine eigene Podcast. Da muss ich ausholen, Leute. Leute, da muss ich ausholen. Also Kat hatte einen richtigen Karen als Nachbar. Ja. Sagt man beim... Ja, was ist... Also was ist das männliche Ding von Karen? Weiß ich nicht, aber ist es nicht Annette und Achim? Alman Achim? Ja, aber Karen bestreift nochmal dieper, finde ich. Ich hätte einen richtigen Alman Achim neben mir. Ja. Also kann ich euch das nächste Mal erzählen. Also das ist schon ein kleiner Teaser für die nächste Folge. Da geht's um die Nachbarschaft. Nachbarschaftsstreit. Ja. Ihr könnt... Gibt's nicht sogar so eine Sendung? Ja. Guck mal, es gibt sogar eine Sendung. Es gibt sogar eine eigene Sendung. Es gibt eine eigene Sendung dafür. So, das beschreibt Deutschland. Ja. Und das ist so traurig. Und, ähm... Also die Deutschen werden oft als Neidervolk, ähm, beschrieben, als unglücklich, als... Und das finde ich so traurig, weil eigentlich geht's Deutschland gut. Also, wir sind ein Sozialstaat, ähm, man muss hier nicht richtig, also, weißt du, man muss hier nicht richtig in Armut leben. Also ich, ich tue das jetzt mal in Anführungsstreichen. Das ist so ganz, ganz schmaler gemacht jetzt. Genau, ich würde es jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, setzen, weil... Ja. Wo fängt Armut an? Wo hört sie auf, so? Ja. Ähm, genau, weil, also auf den Philippinen ist es ja, haben die ja eine andere Armut, wie jetzt hier in Deutschland. Aber wir kriegen das ja auch selber in unserem, also in unserer Familie selber mit. Mit. Mit, sind welche, ähm, vom Sozialstaat abhängig. Und da wird alles gezahlt. Die haben trotzdem ein iPhone. Die haben trotzdem ein iPhone, genau. Ein iPhone läuft trotzdem. Ein iPhone läuft trotzdem und, äh, das ist schon, das beschreibt die Armut in Deutschland. Also eigentlich geht's, zeig ich mal den Deutschen gut, ähm... Ja, das ist jetzt eh schwierig, weil wir es mit einem anderen Land vergleichen können. Aber sollte man eh nicht vergleichen. Sollte man eh nicht vergleichen, weil genau, sowas ist immer relativ, ähm, also, genau. Punkt. Punkt. Sonst, sonst werde ich hier noch, äh, angezeigt. Von der Alman, vom Alman nach ihm. Nein, aber es ist, ja, es ist, äh, schwieriges Thema. Genau, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also, sind wir da auf einem Nenner? Ähm... Nee! Nein, nein, also, dass, 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 äh, deutsche, dass das deutsche Volk unglücklich ist. Ach so. Ja. Kann sein. Du denkst dir so, Kat, halt's Maul. Ja, also, ich weiß nicht, also, sagen wir mal so, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ähm, es gibt auf jeden Fall keine Therapieplätze mehr. Die sind komplett ausgewucht. Also, Therapeuten, denen geht's richtig gut. Ja, also, ich hab auch das Gefühl, heutzutage ist es wirklich so, ich hab mit meinem, also, so, es ist so normal, dass man einen Therapeut hat. Aber ist auch gut so, dass es normal ist. Ja. Also, ich mein, ist es schon gut, dass man halt die Möglichkeit hat, oder dass man sich nicht dafür schämen muss, sag ich jetzt mal, wenn man zum, zum Therapeuten geht, weil früher war das eher so ein Tabuthema. Das war so ein Tabuthema, genau. Man hat nicht so drüber geredet. Aber heute ist es normal, dass man sagt, ja, ich war beim Therapeuten und der hat das und das gesagt. Und das ist auch, und das wird so ganz normal so gesehen. Genau, es wird doch gar nicht gewertet oder so. Und das finde ich auch, es ist auch gut so, dass man sich dafür nicht schämen muss, ja. Ja, aber genau. Also, lieber so, als es in sich reinfressen und noch unglücklicher werden. Ich hab ehrlich, also, ich hab schon mal überlegt, ob ich mit Iliana zum Kindertherapeuten gehe. Echt jetzt? Ja. So schlimm, oder was? Nein. Nein, eben nicht. Was für den davon? Es wird nicht gewertet. Wir werten ihn nicht. Nee, aber Iliana hatte mal ganz lange so krasse Verlustängste, das hat sie immer noch, Verlustängste gehabt. Oder hat sie immer noch? Warum sag ich gehabt? Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel nur den Raum verlasse, dann ist sie direkt zu panisch und ruft, Mama, wo bist du? Also, sie hat so Angst, alleine gelassen zu werden. Und auch ihre Albträume handeln davon, wie ich oder Juli sie alleine lässt irgendwo. Und ich finde es schon krass, weil irgendwas in der, sie muss irgendwie ein Trauma gehabt haben in ihrer Kindheit. Also, irgendwas haben wir wohl ausgelöst, dass sie so eine krasse panische Angst hat, alleine zu sein. Also, das ist wirklich so krass, dass wir, wenn wir sie zum Beispiel ins Auto setzen, anschnallen und wir laufen nur ums Auto herum, um auf der Fahrerseite zu sitzen. Da, ach, kriegt sie schon eine Panikattacke. Ja. Und ich denke nur so, und ich bin schon so, sie sieht mich sogar über die Glasscheibe, aber sie hat so krass Angst. Und deswegen habe ich schon überlegt, ob ich mit ihr zum Kindertherapeuten gehe, weil ich mir das, weil ich selber gar nicht mehr weiß, was kann ich besser machen oder was, wie kann ich mein Verhalten ändern, damit das sich bessert. Du dann so, Iliana, halt das Maul, ich bin doch nur, ich bin doch gerade hier um die Ecke. Ich bin doch nur hier. Ja, es ist so. Heulet. Fick dich. Am Anfang war ich doch verschnittesvoll irgendwann. In Stresssituationen. Ähm, ja. Redet man anders. Genau, also, wenn ihr eine Meinung zu irgendeinem Thema habt, dann schreibt es uns gerne. Wir lesen tatsächlich alle Kommentare. Wir freuen uns auch immer darüber, auch alle Nachrichten, die ihr uns schickt auf Instagram. Wir freuen uns irgendwie immer, wenn ihr Feedback habt. Ja, Feedback habt, Podcast-related irgendwas uns mitteilt. Oder auch generell, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir mal in einem Podcast erwähnen können, dann schreibt sie uns wirklich gerne. Wir sind immer offen für Podcast-Themen. Genau, wir beantworten dann auch die Fragen. Ja. Wir erwähnen sie nicht nur. Genau. Stell dir vor, wir sind so. Also hat einer eine Frage gehabt. Ähm, ja, Kat. Äh, wie... Äh, das hat eine gefragt tatsächlich, äh, ob wir eine Haushaltshilfe haben. Echt? Ja, das ist doch eine random Frage. Ah ja, genau. Die Haushaltshilfe ist heute, äh, bei uns. Ich hab eine Haushaltshilfe. Beste Entscheidung meines Lebens, Leute. Genau, da haben auch welche geschrieben, Haushaltshilfen sollten normalisiert werden. Ja, beste Entscheidung, ähm, weil, also, ich find, das nimmt einen so viel, äh, Stress und Arbeit ab und ich hab mehr Zeit, was anderes zu machen und produktiver zu sein und mehr Zeit mit, äh, Lorena zu verbringen und das nimmt auch eine Diskussion oder einen Streitfaktor weg. Mit dem Partner. Mit dem Partner, genau. Also, da gibt's dann keinen Streit. Äh, du hast weniger im Haushalt gemacht als ich und ich hab hier jetzt die ganzen Böden gewischt und jetzt kommst du rein und machst wieder alles dreckig. Das gibt's gar nicht mehr. Man ist dann viel gechillter, was es angeht. Und ich hab das Gefühl, ähm, jetzt mit der Haushaltshilfe ist es so, es ist so krass sauber bei uns, also vor allem an dem Tag, wo sie da war, dass wir, unser Ziel ist es, das so lange wie möglich sauber zu halten, bis sie wiederkommt. Also, sie kommt einmal die Woche. Ja. Und... Und eine andere Person, also, eine andere Person, ähm, macht auch anders sauber. Genau. Sie sieht ganz andere Sachen, die du jetzt selber nicht siehst. Also, das ist voll, also, war echt die beste Entscheidung meines Lebens. Ich hab am Anfang, hab ich gesagt, boah, meines Lebens. Meines Lebens ist wirklich so, die nimmt mir so viel ab. Also, teilweise ist, äh, geht sogar noch weiter, wenn sie, ähm, nicht so viel zum Putzen hatte. Also, dadurch, dass jetzt Lorena noch klein ist, äh, gibt's bei uns, sag ich mal, man macht halt, also, Bodenwischen und sowas, äh, und generell, also, Küche sauber machen und so, sowas macht sie. Ähm, aber es ist noch nicht so krass unordentlich wie jetzt, glaub ich, dann später, wenn Lorena mal älter wird. Aber wenn sie dann Zeit hat, dann, ähm, legt sie auch mal die Wäsche zusammen, wenn sie sieht, im Trocknen ist, äh, Wäsche. Also, voll geil. Voll geil. Keine, also, Empfehlung. Ja, ich würd jetzt Werbung machen, aber sie ist leider ausgebucht. Nee, aber, ja, sie kommt jetzt einmal die Woche zu uns, jetzt seit vier Wochen. Nee, seit acht Wochen jetzt. Ja. Und vorher, genau. Das ging voll schnell rum. Mhm. Das ging echt voll schnell rum. Ähm, und vorher war das so, dass, äh, ich immer gesagt hab, nee, ich brauch keine Haushaltshilfe, für was? So, ich kann das selber, ich kann voll gut abschalten, wenn ich, äh, sauber mach und so. Aber es nimmt halt, also, dieser Stressfaktor ist eigentlich das, was, ähm, was für mich so ein Riesen-Pluspunkt ist. Weil in der Zeit, wo ich, äh, komplettes Haus sauber mach, ähm, könnte ich halt was ganz anderes machen. Könnte ich halt, äh, Zeit mit Leo verbringen, Zeit mit Lori verbringen. Ähm, produktiv sein, was auf Instagram machen, jetzt einen Podcast aufnehmen. Ich weiß, ich nehm jetzt einen Podcast auf und bei mir zu Hause, ich komm nach Hause und es ist sauber. Das ist so geil. Mhm. Ich glaube, voll viele Leute haben da halt so die Hürde, eine fremde Person bei sich zu Hause reinzulassen, bei diesem privaten Bereich. Ja. Okay, das war's für der Podcast-Folge. Nee, das war's noch nicht. Das war noch nicht, ähm, ein Liederwunsch. Achso. Ähm. Also ich hab tatsächlich die ganze Zeit ein Ohrwurm. Und zwar, dieses Lied hör ich, äh, die ganze gerade rauf und runter. Und zwar ist es, äh, Lali-Li. Genau. Nur der Mann im Mund schaut zu. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum. Wieder bumm. Und da hab ich übrigens gegoogelt, was ein Biber-Butzemann ist. Wusste das nicht. Was ist das? Weißt du, was ein Biber-Butzemann ist? Ein Spaß. Nee. Was? Ein Monster. Also so ein Geist. Okay, weird. Ja. Nee, ich hab mich noch nie hinterfragt. Nee, auf jeden Fall, also, das Lied, was ich die ganze Zeit, äh, höre, ist dieses Would I Lie To You. Kennst du das? Nee. Sing mal. Ja. Boah, ich find's so schlecht. I can see your eyes in the, mm, 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 mm. Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Ah, ja, ja, ja. Boah. Aber das ist so ein Song, wo man nur diesen Part kennt. So, man weiß nicht, was die drumherum singen. Ja. Ja. Warte. Äh. Warte mal, ist das eigentlich ein Mann oder eine Frau, die singt? Das ist ein, äh, beides. Ah. Frau und Mann. Ah, Eurovision Song Contest, hast du das mitbekommen? Nee. Aber wenn wir schon bei, bei Liedern sind. Ah, Deutschland ist rausgeflogen. Deutschland war, Deutschland war das Schlechteste. Nee. Oh. Keine Ahnung. Da ist so diese Band, die, also es wird nicht meine Musikrichtung. Ja. Ähm. Nee, aber ich hatte es gar nicht mitbekommen. Früher war Eurovision Song Contest so das krasse Ding, wo man voll einschalten muss. Das war so wie, wie Fußball-WM. Ja, aber vielleicht bin ich da einfach nur raus aus dieser Bubble, aber ich habe das einfach null mitbekommen. Ich habe dann nur später dann auf YouTube, habe ich dann die, ähm, die Videos gesehen dazu und ich dachte mir so, hä, wann war das? Hä, und war nicht Deutschland auf dem letzten Platz? Nee, das war, glaube ich, letztes Jahr. Oh. Und ich fand das Lied gut, aber letztes Jahr. Dieses Lied fand ich jetzt nicht gut, aber Eurovision muss man ja so voll, ähm, also, da kommt es ja nicht auf deinen eigenen Musikgeschmack an, sondern generell, also, ja, weltweit. Weltweit, genau. War nicht Manneskin? Genau, die waren auch bei Eurovision. Ähm, nee, aber dieses Jahr hat, äh, Loreen gewonnen, aus Schweden. Eigentlich hieß die aus Schweden. Und die hat schon mal gewonnen. Ah. Ähm, mit Euphoria. Und das ist ja das Eurovision Songkon das Lied. Ja. Euphoria. Das ist das erfolgreichste, glaube ich. Ja. Sie hat das auch die ganze Zeit als Ohrwurm. Und jetzt, äh, hat sie gewonnen mit dem Lied. Ja. Wie heißt das Lied? Keine Ahnung. Hört sich aber ähnlich an wie Euphoria, wie das alte Lied. Die dachte so, ich mach das jetzt nur noch mal. Tja, weil die Performance war irgendwie auch ähnlich. Also, ich hab's mal verglichen und ich dachte mir so, hä, ist eigentlich eins zu eins das Gleiche. Naja. Loll. Hat einfach geklappt. Ja. Hab ich einfach nicht mitbekommen, Eurovision Song Contest. Ja. So viel zum Thema singen. Also, wir haben kein Lied für euch heute, Leute. Anna singt heute nicht. Ja, du kannst auch singen. Ich hab schon. Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Okay. I can't eat it. Okay. So überlegen. Was wir zur Zeit vor Ort oft hören, ist Luis Capaldi. Echt so traurig. Ja. Weil er hat so einen Song rausgebracht. Wish you the best. Oh, mit dem Hund. Das hat so ein trauriges Video. Ja. Ja, seitdem kann ich das Lied auch nicht mehr hören. Ja, sing mal. Und zwar, was ich eigentlich mag, ist Bruises. So. Wie fängt das jetzt nochmal an? Okay. Sie hören jetzt Anna-Maria Jam. Bruises. Und Luis Capaldi. I've been told, I've been told to get you off my mind. Das ist mittendrin, glaube ich. Ja, das hat sich, warte kurz, das hat sich angenommen. But I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, I need you by my side. Weißt du, wie sie es angehört hat? Was? I hate this part right here. Stimmt. I hate this part right here. I just. Wie geht das nochmal? I've been sold on the 6th Avenue. Ich bin so schlecht an Liedertexte merken. Ja. It's cold outside, but I'm not going to see you and you've been told. Boah, Alter, was ist das denn? Warum können wir uns das nicht so gut merken? Ey, aber das ist einfach, hä, das hat sich angehört. Ich dachte mir so, hä, du singst gerade Pussycat Dolls. Das ist nicht Luis Capaldi. I hate this part, heißt das, ne? Yeah. We're driving slow through the snow on 5th Avenue. Don't need 6th Avenue. And right now, radio's all that we can hear. We ain't talk since we're left, it's so overdue. It's cold outside, but between us is the world. Slow down. But my heart feeds fast right now. I know, this is the part where the end starts. I can't take it any longer. Hope that it was stronger. Let it linger. Stripping through my fingers. I don't want to try now. Okay. Pussycat Dolls forever. Ja. Also, wir sehen uns bei der nächsten Jause. Bis dann. Bis dann. Ciao.